Hier ist hier die Saarschleife. Wir sind bei Saarküchen, deswegen auch die Saarschleife. Und hier ist Ilka Sünder. Hallo Ilka, grüß dich! Hallo, grüß euch, guten Tag! Genau, Video Nummer 3. Wir haben eine ganze Videoserie gedreht, wo du immer kurze Küchen vorstellst oder kurz eine Küche vorstellst. Das hier ist eine ganz tolle Küche mit einer Arbeitsplatte von Lechner. Wer ist denn Lechner? Lechner ist ein großer deutscher Hersteller für Küchenarbeitsplatten. Hier ist eine Rückwände. Die sind halt spezialisiert darauf. Die machen eigentlich alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Hier kann man auch mal sehen. Das heißt, das Ganze wird auf Maß gefertigt. Hier ist extra mal so ein Stück rausgelassen, dass man mal sieht, wie das hier produziert wird. Perfekt eingearbeitet mit allen drum und dran. Das sind wahrscheinlich CNC-Maschinen, die das dann zuschneiden. Ja, das wird alles mit Lasertechnik bearbeitet. Also es sind heute hoch technisierte Werke. Da sieht man nur noch Roboter. Was auch wichtig ist, denn es soll am Schluss ja auch unten drunter gut aussehen. Ja, da sieht man auch die Ausschnitte. Sie sind also perfekt gearbeitet. Wir geben dann die Maße ins Werk und das wird dann genauso gemacht, wie es gebraucht wird. Genau, hier ist auch ganz toll gemacht die Kombination aus Holz und diesen Steinarbeitsplatten. Das heißt, es gibt ja auch Leute, die wollen das nicht ganz so clean haben in der Optik. Das ist kein Thema, oder? Ja, genau. Es ist halt ein bisschen wohnlicher. Das hier ist aber ein spezieller Tisch. Den kann man in der Höhe variieren. Sag mal. Wir haben das extra drunter gemacht, dass da nicht jeder drin rumspielt. Dann kann man einmal hier den Tisch runter machen. Als Esstisch zum Beispiel. Ja, zum Essen. Wenn man vielleicht niedrige Stühle, Kinderstühle, was auch immer hat oder man fährt ganz hoch, dann geht sogar alles stetig durch. Elektrisch zum Beispiel. Wenn ich mal was arbeiten möchte oder ich habe Gäste zum Beispiel im Haus. Ja, dann kann man das machen, was aber auch ein anderer Aspekt ist. Es ist auch in dem Sinn barrierefrei. Man kann es auch an Rollstuhlfahrer anpassen und es ist ja auch ein wichtiges Thema. Genau, das wollte man mal ganz kurz zeigen. Ich gehe mal kurz um die Ecke. Dann kann der Weidfingel etwas besser mal die ganze Küche aufnehmen. Der Lebensmittelpunkt der Küche. Es gibt ja viele Beziehungen, wo die Frau schon ganz deutliche Zeichen gibt ja an den Mann. Ja, die Zeichen sind zum Beispiel, du Schatz, das wäre ein deutliches Zeichen. Wir könnten ja mal eine neue Küche kaufen. Aber die Zeichen, die sehen ja auch ganz anders aus. Ja, wie können die aussehen? Der Kühlschrank ist kaputt. Die Geschirrspülmaschine ist kaputt. Und dann, wenn so mindestens drei Geräte kaputt gehen, sollte man doch als Mann reagieren und sagen, jetzt kommt eine neue Küche ins Haus. Das heißt, auch wenn die mal so 20, 30 Jahre alt ist, zum Beispiel getrennt ist vom Wohnzimmer. Ich komme da mal kurz zu dir rüber. Ja, mit allem drum und dran. Dann senden aber Frauen deutliche Zeichen aus, oder? Ja, dann lässt sich halt das eine oder andere nicht mehr richtig bedienen, nicht mehr sauber machen. Und man hat auch nicht mehr so viel Spaß mit der Küche, mit dem Arbeiten. Also das war jetzt eindeutig an die Männer gerichtet. Denn es gibt ja viele emanzipierte Frauen, die werden das jetzt zuhören und sagen, der hat einen Knall, ich kann das alleine entscheiden. Das machen ja auch ganz, ganz viele. Aber es gibt auch die einen oder anderen, mein Gott, wenn der Mann sagt, die ist ja noch gut, die Küche. Ja, ich habe es aber auch umgekehrt, dass die Männer kommen und sagen, die Küche muss getauscht werden, wir brauchen eine neue. Und die Frauen sagen, oh, die ist ja noch gut. Also es gibt alle Varianten. Ja, das heißt, die wollen eventuell sparen. Aber ich kriege hier natürlich eine Traumküche, wenn ich das möchte. Aber was ist denn hier eingebaut? Ach, eine Kaffeemaschine. Ja, das ist eine Kaffeemaschine. Kaffeevollautomat. Der macht vom Espresso bis zum Latte Macchiato kriegt man da alles raus. Genau, da hat man jetzt drei Elemente, die quasi gleich aussehen. Das heißt, das Ganze muss natürlich auch symmetrisch optisch perfekt sein, oder? Das ist dein Anspruch oder sowohl als auch? Ja, da gucken wir auch schon drauf, dass die Optik stimmt. Auf jeden Fall. Zeig mal kurz die Auszüge, die sind ja riesig hier. Was ist denn da drin? Das sind keine Auszüge. Ah, ist ja neckig. Der einzige Auszug, den wir haben, ist das hier. Das ist ein Vorratsauszug mit Drahtkörben. Die kann man, also ich habe schon gehabt, dass die Kunden da drin die Wäsche sortiert haben über Flaschen oder als Recyclingcenter. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ist es grundsätzlich möglich, dass ich zum Beispiel die Waschmaschine und Trockner auch in der Küche integrieren kann? Wenn ich das möchte, zum Beispiel bei einer kleinen Küche. Auswirtschaftliche Elemente gibt es bei uns auch, ist gar kein Thema. Also kein Problem. Ich hatte das nämlich mal. Das heißt, ich hatte eine ganz, ganz lange Zeile, habe mir einfach vorne zugemacht und es war eh alles zusammen. Und da war dann auch der Trockner und die Waschmaschine. Das war ein bisschen komisch am Anfang, aber es sah halt aus wie eine Küche. Der Vorteil ist, ich musste nicht jedes Mal in den Keller laufen. Ja, heute kann man das ein bisschen schöner unterbringen, ein bisschen verstecken hinter Türen und Auszügen. Dann geht das schon ein bisschen dezenter. Genau, so. Wir zeigen das mal ganz hier vorne. Die Auszüge hier, das sind Auszüge, gell? Glück gehabt. Das sind Auszüge. Die sind auch wieder belastet mit allen möglichen schweren Sachen. Da könnte ich mich auch eventuell reinstellen. Also das wäre jetzt zum Beispiel ein ganz schwerer Topf, eine Gusspfanne. Da kommen ja schnell mal 30, 40, 50 Kilo zusammen, oder? Genau, so ist es. So ist es. Oder Vorräte. Wenn man die ganzen Trockenvorräte von Mehl über Zucker, das ist schon ein Gewicht, was zusammenkommt. Super, klasse. Ein paar Liter Milch auf Vorrat, das geht alles. So, ich zeige dir mal gerade komplett. Dann sagst du mir bitte noch mal kurz was zur Farbe. Wenn du mal gerade mitkommst mir, dann gucken wir uns die mal zusammen an. Das ist so ein Grau. Das ist ja bekannt von ganz vielen Autos, die im Moment in Grau rumfahren. Ja. Ist das so ein bisschen angelehnt, der Trend? Oder kommen die Leute von ganz alleine drauf? Da kommen die schon von alleine drauf. Also ich denke mal, die Küchen, wir haben jetzt mittlerweile fünf oder sechs verschiedene Weißtöne, die dann in Grau übergehen. Vor allem bei Leicht, da gibt es auch dieses Le Corbusier-Thema. Da sind 15 Farbtöne, die untereinander so wild kombiniert werden können und immer passen. Also da haben wir, jetzt was begehrst du, alle Möglichkeiten. Also da wird jeder seine Traumfarbe bekommen. Genau, zum Thema Traum. Ihr verkauft ganz viele Küchen. Der Herr Saar hat mir das mal erzählt, zwischen vier und 600 Küchen im Jahr. Das ist schon einiges, oder? Ja, das ist schon ein bisschen was. Das ist eine Hausnummer. Das heißt, dann sollte natürlich auch der Service, der After-Service und alles drum und dran stimmen. Du bist jetzt seit Anfang des Jahres hier. Du bist ziemlich, ich sage mal, froh hier zu sein, weil alles irgendwie passt, oder? Ja, genau. Es ist stimmig. Sagt Ilka Sünder. Ich lasse das mal so stehen. Wo findet man dich? Bei Saar Küchen in Ennsdorf. Telefonnummer 06831 966 700. 966 700 in Ennsdorf, Vorweiser Louis. 06831 966 700, sagt die Ilka Sünder. Ich zeige es dir nochmal. Da ist sie komplett. Sie hat nämlich, wie viele Kinder hast du selber? Drei. Drei Kinder. Das heißt, du bist auch Sachverständig, wenn es darum geht, dass die Kinder die Küche auch lieben müssen, oder? Meine Kinder lieben ihre Küche, ja. Und so wie ihre Mama. Okay, klasse. Vielen, vielen Dank, Ilka. Und wenn auch Sie Interesse haben, bei Ilka Sünder eine Küche zu kaufen, scheuen Sie sich nicht, dort anzurufen, einen Termin zu machen und mit einer absolut fröhlichen und begeisterten Frau Ihre neue Küche möglicherweise zu planen. Denn erst mal, Fragen ist kostenlos, oder? Immer. Immer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.